hallo und willkommen zu einem Info Video zu einem weiteren Info Video was ich schon gemacht habe ich weiß es gerade gar nicht im Hintergrund ja DJ und ja ja ist ja ist keine Ahnung schon wieder aufgedreht ich schon wieder auf eine Michael Jackson Trip ich wollte nur sagen von Minecraft ich werde von Minecraft jetzt nur noch die Videos hochladen die was ich auf PC hab weil bei mir hat Minecraft gefehlt hat die Map gelöscht und auf einmal ging es nicht mehr es ist da und abgestürzt also nicht unter dem Spiel sondern ich habe das Spiel gestartet und es ist abgestürzt und um das liegt an Mokrao Tourstelle das irgendwie nicht mehr kompatibel ist keine Ahnung warum das nicht geht wie es von gestern auf heute ging es nicht mehr der Sprint-Mod geht nicht mehr um jetzt hat mir Zombies sein er hat gegeben um jetzt steht die Wahl um es ist ja hier machen wir nach wie vor weiter da fangen wir eine neue Welt an und ja also wenn Half-Life 2 jetzt geht es ein Buch anrufen wir dann aus hat die Fresse im Hintergrund dann könnt ihr entscheiden entweder mach ich so ein Let's Play es sind in der Entschelte er da oder wir machen ein LLG und ich mache ein Let's Play Half-Life 2 auf das Spiel kennen wir beide nicht wirklich also ja ich hab' ich dründlich gespielt oh oh also ich kenne es nicht also ich kenne es ja ich kenne die Demo-Version aber beziehungsweise Lost Coast aber ja ähm bezüglich Terraria in Terraria werden wir eine neue Welt anfangen da mir langweilig war und ich bis mit TNT gespielt habe und ich hatte kein Backup und und ich habe die Himmelsinseln geplündert und ich war auch noch im Untergrund Dschungel wo wir jetzt in den letzten Folgen eh schon so viel drin waren ich habe jetzt noch stehen den die ganz gut gefahren stehen komischen Dschungelhut da wo ich mit 20 mehr Männer haben und sieben weniger Männer verbrauchen oder sowas und auch und sieben oder so was gefahren von Russie her und so wenn wir eine neue Welt erfangen jedoch mit desselben Chars und und jetzt noch eine Abstimmung ich ich bin ja auch World of Warcraft und ich aber auch ja du spielst auf Privatser aber ich nicht so und äh ja Privatser blübelte mach ich auch mal eine Diskussion hier und ja auf jeden Fall ich bin Graz am Grübeln was ich kaufen beziehungsweise Let's Playen soll 4 3 oder Crisis 2 ja keine Ahnung Vorschläge was ich machen soll von den beiden Sachen von beiden Spielen und ob ihr World of Warcraft ziehen wollt das ist das ich spiele ich zeige meine Charaktere und obwohl ich jetzt nicht so Bock haben wieder von 1 auf 85 zu leben habe ich schon mal gemacht und von davon 1 auf 60 60 geht es für 60 auf 70 geht auch aber ich hasse den Part von 70 auf 80 tut mir leid ich kann ich kann Rob of the Lich King nicht ausstehen ich ich hasse es wie die Pest vorab 80 geht es dann wieder aber von 70 bis 80 ne danke ja Porto weil ich leider auch abbrechen weil für Porto keine Ahnung irgendwie die Spielheit ich gratis konnte ich gratis ins Team runterladen dachte ich bin nur noch in der Zeit und dann nehmen also Porto reizt mich selber gerade nicht mehr zu spielen und darum würde ich auch Porto abbrechen und ja wenn es also Vorschläge hat welche Spiele spielen also Let's Playen soll sagt einfach Bescheid und ja dann auf Wiedersehen Tschüss